Es ist unwahrscheinlich, das sag ich. Die Teile nicht in der Ecke sind. Verborgen, Herr Schatz, dein Ernst. Ich dachte, das wäre eine goldene Headcanon oder so. Weil das Sniper-Moon lockt. Was ist ein Sniper? Oh mein Gott. ganz aus worte ich habe keine mädchen nicht schlecht von euch aber mit meinem Jagdgewehr kann ich alles sorry okay 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 ich habe die gleiche der Mond kommt. Ach. Vielleicht fehlen. Schmerz. Schnurrer. Ist halt normal bei so'n Kackwetter. Der dritten Beignis ist okay. Ich hab eigentlich das Lama, also brauch ich keinen Beignis. Einmal darf ich das Lama ein bisschen länger haben. Sonst werd ich gleich von ganzen Squad abgeschlachtet. Und gegrillt. Das ist eigentlich fast so los. Lass mich einfach ein ganzes Gortem benutzen. Ich weiß nicht, was ich mit dem Job sagt. Das ist ein Wrappler drin, den ich aber nicht benutzen kann. Die... Die lege ich beim Stubengefühl weg. Was ist dann? Ja, alles. Das ist der nächste Wrappler. Jetzt wissen sie alle, dass ich... Dass der Lama Typ hier ist. Gleich bin ich. Ich will einmal schaffen, das in Zero Wars Spots zu gewinnen. Ich will's doch einmal schaffen. Und da hinten ist... Ach, was? Das ist das ins Vergegner. Das ist das ins Vergegner. Natürlich musst du mich versuchen in der Luft zu snipen. Das ist das... Das dümmste, was du je gemacht hast. Halleluja. 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 Schaff' ich das einmal? Schaff' ich das einmal? Na, endlich! Einmal Solo ist es Squad gewonnen. Endlich mal! Schaff' ich... Schaff' ich...